Zum Sonntag erwartet uns eine Mega-Hitze in Deutschland. Zumindest in vielen Regionen haben wir 30 bis knapp 35 Grad. Denn an der einen oder anderen Station wird es wohl bis zu 34 Grad geben, gerade im Südwesten. Also eine große Belastung für Mensch und Tier. Das Ganze haben wir folgender Wetterlage zu verdanken. Ein Hoch über dem Mittelmeer, tiefer Luftdruck westlich von uns. Und zusammen gibt es dann eine südliche Strömung. So kommt die heiße Luft zu uns. Am Sonntagmorgen ist es jetzt aber erst einmal recht angenehm. Besonders hier im äußersten Südosten, da starten wir mit teils einstelligen Werten in den Tag. Ansonsten mit 10 bis 17 Grad. Und dazu gibt es schon von der Früh weg jede Menge Sonnenschein. Kaum eine Wolke am Himmel. Im Nordosten ein paar dichtere Wolken. Und aus der Nacht ziehen die letzten Regenschauer, wir sehen es auch hier sehr schön, über die Ostsee ab. Da wird es trockener. Im Westen dagegen am Nachmittag dichtere Wolken mit einzelnen Schauern und Gewittern. Können auch mal kräftig ausfallen, aber Unwetter sind da wohl noch nicht dabei. Abseits davon bleibt es deutschlandweit trocken und freundlich bei nur wenigen harmlosen Quellwolken. Dementsprechend, besonders eben über der Mitte von Deutschland, verbreitet 14 bis 16 Stunden Sonne und dazu auch verbreitet Sommerwetter. In der Nordosthälfte, da bleiben wir noch häufiger unter der 30 Grad Marke. Auch hier Richtung Mittelgebirge und Alpen. Ansonsten wird es im Westen und im Süden verbreitet heiß mit 30 bis 33 Grad. Und besonders Richtung Moselrhein, Maingebiet Oberrhein, da sind eben lokal die 34 Grad möglich. Also bei diesen Temperaturen und generell natürlich im Sommer, bitte keine Hunde und andere Lebewesen im Auto lassen. Am Abend bleibt es dann trocken und freundlich, besonders in der Osthälfte. Wieder im Westen kommen die Wolken etwas weiter Richtung Landesmitte voran, sind noch letzte Schauer und Gewitter unterwegs. In der neuen Woche wird das Ganze aber turbulenter, die Luft wird schwüler. Es bleibt regional heiß mit 30 oder 32 Grad. Unverbreitet sind kräftige Schauer und auch unwetterartige Gewitter möglich. Es kann prinzipiell jeden treffen, aber bei so Lagen ist es eben nur vereinzelt.